Hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine kleinen Fedemäuse, zu einem neuen Video von Let's Play Lego Harry Potter. Wir waren in der letzten Folge sehr confused, aber wir beginnen jetzt Jahr 2. Ich wollte nämlich sagen, 2 Stunden, man, das kann doch gar nicht sein. Keine Magie. Geh auf dein Zimmer, Harry. Ach nee, der geht so. Oh, der hat jetzt ein echtes Zimmer. Dobi, der Hauself. Da, 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 da. Hm. Ah, da. Ah, ah. Oh, ha, ha, ha! Ha, 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 ha. Nein! Nein! Oh Gott! Das ist aber so richtig englisch. Ohne Witz. Also die Häuser hier. Die sehen echt so aus in England. Oh Gott. Das ganze Haus mitgerissen. Und der Bruder, der Stiefbruder, der frisst einfach nur. Der ist nur am Essen. Ohne Witz. Oh, ich finde das so witzig. Ich liebe die Lego-Games. Wir spielen übrigens noch die anderen Lego-Spiele. Ich habe ganz, ganz viele davon. Okay, wir sind jetzt auf dem Ron seiner Farm. Oder da, wo der Herr lebt. Und wer sich an den Film erinnert, die Mutter vom Ron, die ist wie eine Mutter zum... Drücke und halte erneut. Okay. Okay. Halte mir gedrückt, um einen Knob aufzuheben. Drücke und halte erneut, um ihn zu schleudern. Ach so dann. In die Waschmaschine rein. Und ich finde das immer so total süß, wie die Mutter vom Ron auch so eine Mutter zum Harry ist. Weil der Harry ja keine wirkliche Mutter hat, ne? Ha! Okay. Hier einmal zusammenbauen. Oh, die ist verliebt in den Harry. Wie cute! Oh. Gong! Direkt ins Wasser rein. Äh, bevor ich hier rüber... Wobei... Klar, wieso nicht? So! Jetzt erstmal Traktor fahren, ne? Ah, oh... Der Ron ist okay. Oh Gott. Oh Gott. Der Ron ist aber okay, ne? Den geht es gut. Bei dem ist alles im Gitter. Eine Riesenkarotte. Noch eine Riesenkarotte. Kann der durchs Wasser fahren? Boah, cool ey. Der kann durchs Wasser fahren, Mann. Noch mal eine Riesenkarotte. Und noch eine. Und noch eine. Und hier ist noch mal so ein Gno. Okay. Und. Fünf von sechs. Das heißt, eine fehlt. Da gibt es noch eine Riesenkarotte. Ah, jetzt müssen wir wahrscheinlich die ganzen Karotten hier aufheben. Oder auch nicht. Und die da reinschmeißen, wollte ich eigentlich sagen. Aber okay. Okay. Ähm. Und hier. Ist da noch mehr Karotten? Also das hier auf jeden Fall noch. Ja. Sechs und sechs. Okay. Hufflepuff. Äh. Quatsch. Gryffindor. Das hat keiner gehört, ne? Das hat keiner gehört. Ach, da müssen wir mit dem Traktor drüber fahren. Dann habe ich das ja die ganze Zeit hier richtig gemacht, ne? Okay. So, einmal hier drüber. Und einmal über die Karotte hier drüben drüber. Okay. Dann erstmal so. Und dann gehen wir wieder einmal zum Traktor rein. Und dann gehen wir hier rüber. Oh, wenn wir jetzt einen Hund kriegen, könnte ich mir graben. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann geht's. Guckt euch nicht das Haus an. Das ist total blurry für Sonnen. Aus irgendeinem Grund. Oder für mich. Ist das für euch blurry? Hey, für euch ist das gar nicht blurry. Aber für mich schon. Ich bin der Karottenwagen. Oh, der ist richtig schnell, Mann. Autsch. Oh, ich kann aber nichts mehr damit machen. Ich bin so schnell. Okay. Gehen wir mal hier rein. Können wir hier rein? Ja, natürlich. Wir können hier rein. Wie heißt die nochmal? Ich weiß nicht. Aber die mag den Harry. Ich meine, das hat jetzt jeder gemerkt. Aber das macht jetzt. Achso. Hier drauf. Repariert. Die ganzen dreckigen Sachen. Ja, endlich können wir abgewaschen werden. Hurra. Ich muss nicht mehr dreckig sein, Mann. Die haben auch so viele Kinder, ne? Oh, eine Eule. Also, ich schwöre, ich hab's nicht dreckig gemacht. Das war schon so, ne? Ach ja, wenn man dann endlich mal alles schüttelt, ne? Ach, guck, da sind die alle in dem Bild. Ah, wir müssen da die hier sein. Die Schwester vom Ron. Ich glaube, die hat nur eine Schwester, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Vielleicht funktioniert's, wenn wir den Ron nehmen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, Mann. Wie hieß die? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Oh, ganz viele Studs. Dankeschön. Bread. Eine Brotböchse. Ich wollte eigentlich hochgehen, aber anscheinend kann ich nicht hochgehen. Ich weiß auch nicht, wie ich das hier aktivieren soll. Ganz ehrlich. Nein. Wahrscheinlich nicht so hoch. Was ist hier? Nichts. Gar nichts. Hm. Müssen wir wahrscheinlich wieder raus? Oder? Ah, vielleicht hier rein. Da waren wir ja noch nicht dran, ne? Nein, da kann man nicht reingehen. Was? Deswegen waren wir da noch nicht drin, weil man da nicht reingehen kann. Aber wir geben nicht zu schnell auf. Wir gucken jetzt erst einmal rum. Ach, das ist so blurry bei mir. Yikes. Ne, das muss drinnen sein. Ich glaube, hier können wir nichts mehr machen, außer hier im Dreck rumzulatschen. Hm. Ich denke, wir müssen irgendwas mit dem hier machen. Aber was ist die Frage? Guck mal, vielleicht kann der Ronda irgendwie das machen. Nein. Hier? Nein. Nein. Hm. Ach so. Ich habe zwar auf den Harry gezählt, aber okay. Okay, jetzt kommen wir rein. Danke. Ich weiß zwar nicht, wozu ich das brauche, aber Dankeschön. Ach hier. Ach, grünes Feuer. Ah. 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 Mhm. Hm. Hm. XDD Ich hab meine Hand verloren. Ach, mach's doch nicht. Sie ist sie. Also die Hand da, ne? Nee, hab ich doch schon. Ach, noch größer. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ah, bis es kaputt ist. Okay. Und noch mehr. Okay. Oh Gott. Da gehen wir nicht mehr hin. Na, hab ich jetzt so ganz spontan beschlossen. Ähm, ich seh euch dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Falls ihr es bis zum Ende der Folge geschafft habt, schreibt doch in die Kommentare. Hashtag Ron, seine Mutter ist die Beste. Ich war jetzt ein langer Hashtag. Aber, äh, das war's jetzt von mir. Bis dahin, eure Iwamor. Tschüss. Tschüss. Tschüss.